Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder ein Speedbit, denn in meiner privaten Legacy Challenge musste meine Simen ausziehen, denn die nächste Generation ist gestartet. Das müsste Generation 8 oder 9 sein, glaube ich, mittlerweile. Und wir starten natürlich jetzt direkt rein. Ich bin mit der Guten nach Copperdale gezogen und sie ist ja nachhaltig. Ich habe, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, als wir diesen Hochzeitshowplatz gebaut haben. Und da habe ich ja gesagt, dass sie ja schon sehr nachhaltig ist und so und dass ich mit ihr einen Secondhand-Shop aufbauen möchte, etc. Aber da sind wir natürlich jetzt im Gameplay noch nicht so ganz drin. Ich habe das Ganze deswegen auch als Tiny House gemacht, weil ich dachte, das passt ganz gut. Zum Thema Nachhaltigkeit. Genau. Ich habe es genau auf 100 Teils gebaut, weil ich das halt einfach am besten fand. Weil ich glaube halt nicht, dass sie halt diese Art von nachhaltig ist, dass sie halt ja eben dieses möglichst klein wohnt und so, sondern ja, dass sie auch einfach nicht mehr braucht zum Leben gerade als dieses kleine Haus und sie ist nicht darauf aus, aber dieses kleinste Haus zu haben, was es gibt, so Mikrohäuser und so, weiß ich nicht. Also da sehe ich sie jetzt einfach nicht so. Deswegen, ja, habe ich mich jetzt halt so ein bisschen dagegen entschieden, das halt kleiner zu machen. Und ja, also ihr werdet halt sehen, ich werde halt versuchen, zum Beispiel mache ich hier diese Solardächer drauf und so, dass sie halt möglichst versucht halt eben nachhaltig zu leben. Ich werde ihr im Laufe des Videos, werde ich ihr auch so einen Verkaufstisch geben, weil obviously hat sie jetzt noch nicht genug Geld, um sich einen Shop zu leisten, wo sie dann Sachen verkaufen kann, sodass sie halt ihre handwerklichen Arbeiten und so, die sie macht und reparierte Möbel etc., Sachen, die sie nicht mehr braucht, dass sie die erstmal quasi über den Verkaufsstand verkauft und wenn sie dann irgendwann genug Geld für einen Laden hat, dass sie dann da einen Secondhand-Shop eröffnet. Da habe ich richtig Bock drauf, also weil ich glaube, das wird richtig süß. Ich werde sie wahrscheinlich dann auch so im Müll wühlen lassen und sowas. Also es ist zwar jetzt nicht geil, aber dass sie halt, ja, eben immer halt die Sachen dann repariert und dann wieder neu verkauft und so, dass sie halt nochmal einen Sinn haben, dass die Sachen nicht weggeschmissen werden etc. Also dass sie auch ihre eigenen Sachen auch immer reparieren würde und sowas. Und ja, also ich finde das ziemlich cool, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich freue mich auch schon sehr auf diese Generation. Also ich kann mir das alles sehr, sehr gut vorstellen, weil sie ja vorher schon immer viel, ja, eben Handwerksarbeiten etc. erledigt hat. Sie hat ein paar Gemälde von ihrem Vater quasi geerbt, weil der war halt ein berühmter Künstler. Und ja, die kann sie dann natürlich auch eventuell dort dann teilweise verkaufen, teilweise vielleicht dann aber auch selber halten. Das muss ich dann spontan entscheiden. Genau, mit dem Floorplan war ich so ein bisschen, hm. Also ich meine, wir haben ja auch nur 10.000 Simoleons letztendlich circa gehabt. Ich glaube sogar nur 8.500 oder so. Und es ist unfassbar wenig. Deswegen werde ich auch nochmal ein paar Wände einreißen etc. Also ihr werdet das schon noch sehen, dass da noch einiges passieren wird. Und dass, äh, ja, sich halt noch einfach viel ändern wird, weil das einfach nicht so gepasst hat, wie ich mir das gewünscht hatte. Weil, naja, das ist schon noch teurer, als ich hier wollte. Beispielsweise die Werkbank, die konnte ich jetzt auch einfach nicht geben, weil eine Werkbank einfach irgendwie 700 Simoleons oder so kostet. Und die habe ich halt einfach jetzt gerade nicht übergehabt. Da war mir das tatsächlich wichtiger, dass ich einfach eine funktionssüchtige Küche habe etc. Aber mit der Zeit wird sie sich das bestimmt leisten können. Hoffe ich, denke ich. Genau, also generell, ich spiele ja seit 2019 mit dieser Familie. Also tatsächlich jetzt schon drei Jahre. Und ich finde das halt total schön, wenn man so lange mit einer Familie spielen kann. Hier habe ich übrigens schon das zweite Badezimmer eingerichtet, aber am Ende lösche ich wieder ein paar Sachen. Also von dem zweiten Badezimmer, weil ich die, das ist quasi so ein En-Suite-Badezimmer, aber das lösche ich wieder, weil ich mir das einfach, also ich kann mir einfach sonst nichts mehr leisten. Und da habe ich gesagt, okay, dann habe ich lieber ein Badezimmer, was funktioniert und das andere richte ich dann einfach später ein. Auch wenn ich jetzt letztendlich ein bisschen Minus gemacht habe, weil ich jetzt da zwischendurch in den Live-Modus wieder gegangen bin. Und dann, wenn man die Sachen verkauft, kriegt man ja weniger Geld zurück, was man ausgegeben hat. Das heißt, ich habe ein bisschen Geld verschwendet letztendlich. Aber manchmal passieren Dinge einfach. Das ist dann einfach so. Also hier habe ich ja in der Küche zum Beispiel, habe ich ja auch gebrauchte Gegenstände ihr gegeben, weil ich das einfach bei ihr so sehe, ne? Also, dass sie das so macht. Dass sie jetzt nicht die größten Hightech-Sachen und so kauft. Also sie wird wahrscheinlich schon früher oder später bessere Sachen kaufen. Also, oder vielleicht auch durch, ja, durch das, wenn sie dann im Müllcontainer wird und so, kann sie ja die Sachen auch für sich reparieren. Sie muss sie ja nicht zwingend verkaufen. Aber dann verkauft sie halt zum Beispiel diese gebrauchten Sachen oder so. Also, you know, ja, dass das halt einfach immer weiter im Umlauf kommt, dass ich die Sachen nicht einfach so verkaufe, sondern dass man die halt dann quasi im Secondhand-Shop weiterverkauft. Also ich finde das ziemlich cool, dass sie halt nicht einfach so Sachen dann verkaufen kann, sobald das Haus steht, sondern immer das extra machen muss. Also ich finde das halt sehr, sehr spaßig auch. Und, ja, hier und da habe ich jetzt versucht, dann die Wände einzureißen, um dadurch ein bisschen Geld zurückzubekommen. Es ist nicht so toll tatsächlich, ne? Also ich finde es letztendlich schon cool auch, also weil es irgendwie, ist es mal was anderes? Also ich hätte das, glaube ich, niemals so gebaut, wenn ich nicht so einen Druck gehabt hätte, dass das Geld anging. Aber eigentlich finde ich es schon ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Also irgendwie, also es ist halt mal was anderes, ne? Also es ist halt irgendwie offener, aber auch irgendwie nicht. Und, I don't know, aber ich finde es cool. Ich mag es gerne. Ich finde es einfach mal was anderes, ne? Darf ja auch mal sein. Genau. Und, äh, ja, wir haben am Montag gestreamt und wir haben letzte Woche auch gestreamt am Montag. Dann haben wir Stardew Valley gespielt und letzten Montag haben wir Sims gespielt. Da habe ich meinen Sims-Self umgestaltet, weil ich habe meine Haare abgeschnitten, wie man eventuell sieht. Ähm, weil ich keinen Bock mehr hatte auf die Haare, weil die bei mir immer verknoten und so. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die abzuschneiden und dann dachte ich mir, okay, ich muss mein Sims-Self auch ändern. Das heißt, ich muss auch noch mein Profilbild, etc. ändern. Das mache ich jetzt irgendwie auch noch die Tage oder so. Ähm, dass das halt wieder alles zusammenpasst. Aber das heißt, der ist jetzt, ist jetzt nicht so dringend, ne? Also, aber dennoch werde ich das updaten, weil ich das dann besser finde. Dann werde ich auch diese Reaction-Fotos wieder, also die ich auf Thumbnaids klatsche und so, werde ich dann auch updaten müssen. Aber ich finde das halt ganz cool eigentlich. Also ich mag das immer gerne. Ähm, wenn das halt dann auch wirklich dazu passt und so. Und dass es nicht so, ja, komplett outdated ist, so, sag ich mal. Ne, also weil ich sehe jetzt ja schon doch nochmal anders aus als, ne? Also ich habe ja den Sims-Self, ich habe so lange an diesem Sims-Self gesessen, ne? Ich dachte, wir machen das so in 10 Minuten durch und danach machen wir so ein Szenario. Letztendlich habe ich über eine Stunde gebraucht, glaube ich, für mein Sims-Self. Aber hey, wir haben trotzdem ein Szenario gestartet. Wir haben dieses Pflanzen-Sims-Szenario gestartet. Ähm, wenn euch das interessiert, könnt ihr das auf jeden Fall gerne nachschauen. Äh, der Livestream ist auf jeden Fall noch online. Es gibt auch, äh, schon eine Playlist mit Sims 4 Livestreams. Und es gibt auch eine Playlist mit dem Stardew Valley Live-Let's Play quasi. Ähm, da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr das verpasst habt. Also, ich denke, das ist auch so ganz ansehnlich. I don't know, ich kann das jetzt nicht so gut beurteilen. Aber bestimmt ist es das. Also, zumindest schauen sich das auch im Nachhinein noch relativ viele Leute an. Also, wird das schon nicht ganz so katastrophal sein. Genau. Aber, äh, ja. Wie gesagt. Ähm, also, wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wir werden dieses Szenario auf jeden Fall auch noch beenden, weil wir sind nicht ganz durchgekommen, weil ich dachte, das würde schneller gehen. Aber anscheinend dauert es doch ein paar Minuten länger, als ich dachte. Aber ich denke, beim nächsten Mal werden wir das dann durchspielen können. Ich weiß noch nicht, wann wir zum nächsten Mal streamen werden. Weil ab kommender Woche ist ja wieder Schule für mich. Und da muss ich mich natürlich auch erstmal wieder darauf konzentrieren. Das ist natürlich wichtiger als diese Videos hier. Surprise, surprise. Aber wir kriegen das schon hin. Also, ich werde wahrscheinlich trotzdem irgendwann mal wieder random einfach mal streamen. Und dann machen wir das mal fertig. Und dann spielen wir auch wieder Stardew Valley und sowas. Also, wir werden das immer wieder ab und zu mal machen. Aber, ja. Also, mir macht das auf jeden Fall sehr viel Spaß mit euch. Ich finde es auch immer schön, dass immer so hier und da ein paar Leute vorbeischauen. Finde ich sehr, sehr cool. Und wie gesagt, selbst wenn man nicht live dabei ist, kann man es ja auch im Nachhinein noch schauen. Und, weil ich versuche, selbst wenn in dem Moment keiner da ist und keiner mit mir redet soll. Ich versuche ja trotzdem, ich bin ja nicht die ganze Zeit da und sage einfach gar nichts. Weil, das wäre schon weird. Also, dann hätte ich auch für mich spielen können. So, you know. Deswegen, wenn das schon online bleibt, dann bin ich auch am Talken. Ist kein Problem. Ja, ich habe jetzt hier und da übrigens in dem Haus noch so ein paar Risse und so an die Antwand gemacht. So, dass es halt quasi nicht mehr das neueste Haus ist. Dass sie das dann nach und nach ausbessert. Und, ja. Hier habe ich sehr lange durch Debug gescrollt. In der Hoffnung, dass ich halt noch so ein paar Sachen finde, die ich halt benutzen kann. Genau. Also, wie gesagt, ich wollte ihr jetzt auch nicht so die neuesten, krassesten Sachen geben. Weil ich es ja einfach unrealistisch finde, dass sie das kaufen würde. Dass sie halt da eher sich darum kümmert, dass sie halt ja eben nachhaltig ist und so. Also, ich meine, offiziell sind die Sachen ja auch neu gekauft. Aber da steht ja auch dann teilweise auch Gebrauch dran und so. Und teilweise sind es ja auch Sachen, wo man sagen kann, okay, das sind vielleicht Sachen, die sie vielleicht auch selber zusammengeschustert haben könnte. Und manchmal muss man sich halt so ein bisschen was so um die Ecke denken, um das zu machen, was man sich dann letztendlich wünscht. Aber, ja. Also, mir macht dieses Gameplay halt einfach Spaß. Und wenn ich halt, also ich muss ja auch dann auch entscheiden, ob ich dann damit spielen will oder nicht. Also, dadurch, dass das ja auch mein privates Gameplay-Dingsi ist, was ich dann ausbauen werde und so und verändern werde, werde ich da jetzt wahrscheinlich das auch nicht in der Galerie hochladen. Weil das ist halt einfach für mein Gameplay selber. Genauso wie ich von der Lucky Legacy Challenge das Haus erst, nachdem die Generation beendet war, hochgeladen habe. Weil ich das einfach irgendwie blöd finde, während wir da noch wohnen, dass wir das dann schon, also dass das andere schon benutzen können dann in dem Moment. Deswegen habe ich dann das eben jetzt so gemacht, dass wir das dann im Nachhinein dann quasi, dass es im Nachhinein online ist. Ich hoffe, dass man das nachvollziehen kann, aber ich denke schon. Nächste Woche wird dann wahrscheinlich auch schon wieder ein Speedbild kommen. Ich weiß, dass das irgendwie ein bisschen blöd ist. Aber ich versuche eventuell sogar noch ein Video dann in der kommenden Woche zu machen, dass es halt, also dass vielleicht sogar drei Videos kommen. Einfach nur, zum einen, weil ich das bestimmt hinkriege mit dem Vorproduzieren jetzt. Und zum anderen ist es halt, denke ich, möglich, dass es dann nicht so schlimm ist, wenn dann nochmal ein Speedbild kommt. Weil, ja, also ich habe dieses Speedbild aufgenommen und dann ist mir danach aufgefallen, ja, ich nehme jetzt den letzten Part auf von Generation 1, der Lucky Legacy. Und das heißt, wir brauchen da ja auch wahrscheinlich wieder ein neues Haus, wo wir dann ja auch wieder ein Speedbild machen daraus. Deswegen, das ist halt jetzt das einzige Problem. Aber ich weiß auch, dass viele gerne Speedbilds mögen. Deswegen, ja, habe ich nächste Woche auf jeden Fall nochmal Speedbild-Action. Aber, wenn ich es irgendwie hinkriege, kommt da auch noch ein Video. Also, dass das jetzt nicht ganz so wild ist, ja. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, dass es halt möglichst abwechslungsreich ist hier auf diesem Kanal. Weil, I don't know, also ich fände es halt selber auch cool, wenn es halt ein bisschen hin und da Abwechslung gibt, ne. Also, ja, ich habe auch schon da so eine kleine Idee, was man machen könnte. Deswegen, also ich kriege das auf jeden Fall in irgendeiner Form hin. Und wenn halt dann, wenn ich halt ein dritten Vis-Video doch irgendwie nicht hinkriege, dann ist es halt einfach so. Und dann kommt das halt dann danach. Also, es ist jetzt ja auch nicht so, dass dazwischen nicht auch noch andere Videos kämen. Ähm, eben die Let's Play-Videos. Ähm, weil diese Woche kommt jetzt noch Sims 2. Und, ähm, genau. Das wird auch noch super, super interessant alles, ne. Also, allgemein, die Let's Plays finde ich gerade super cool. Ich habe sehr viel Spaß auch generell mit dem Kanal zurzeit wieder. Also, so mehr noch als vor ein paar Monaten. Also, ich habe immer Spaß an diesem Ganzen hier. Aber es ist irgendwie, seitdem ich das umgestellt habe mit, ähm, dass jedes Let's Play quasi so im Drei-Wochen-Takt kommt. Bzw. halt sich immer jeweils abwechselt. Finde ich das halt einfach cooler. Und, ähm, ja, also mir gefällt das auf jeden Fall mehr. Weil jetzt bin ich wieder mehr in den Let's Plays drin und hab dann auch, ähm, ja mehr Ahnung, was wir eigentlich vorhatten. Und, ja, also irgendwie, ich finde es halt einfach irgendwie wieder richtig cool. Ich freue mich auch immer auf, wenn ich ein Part aufnehmen kann dann. Und, ähm, ich bin da auch immer richtig drin. Also, ich finde es ganz, ganz toll. So, und wir neigen uns jetzt so langsam dem Ende des Speed-Bells. Ich zeige euch das Ganze jetzt gleich noch im Spiel. Genau. Und dann, äh, sehen wir uns, wenn ich das Spiel geöffnet habe. So, und da sind wir natürlich auch im Spiel. Und hier seht ihr auch die süße Jodie Pepper. Das ist die Gute, die hier auch einzieht. Ja, und hier, das ist das Grundstück. Es ist irgendwo unten rechts auf der Map von Copperdale. Und, ja, also hier ist, fühlt halt dann so ein kleiner Weg hin, direkt zum Dings. Also, hier ist dann dieser Verkaufstisch, von dem ich geredet habe. Und hier hinten sind so ein paar Sachen, wo sie denkt, dass man die halt noch so gebrauchen kann. Also, so einfach, dass man halt sieht, ja, das hier kann man ja noch herrichten. Das ist ja nicht schlimm, dass das kaputt ist oder so, ne. Und, äh, das soll halt so stellvertretend dafür sein, dass sie halt eben die Sachen wieder herstellt. Das Dach ist zum Beispiel ja auch solarbetrieben. Daran sieht man dann auch die Nachhaltigkeit etc. So, und wenn man jetzt hier reinkommt, dann sieht man erstmal kaum was. Also, das ist halt quasi das Zimmer. Es ist jetzt nicht viel drin, ja. Das ist mir klar. Aber, ich denke, es ist erstmal genug. Ich denke, sie wird sich auch nicht so viel hier drin aufhalten. Das ist die Küche. Die ist auf jeden Fall vollständig. Das ist sehr schön. Wir haben ein funktionierendes, vollständiges Bad. Das ist auch immer sehr toll. Vielleicht sollten wir auch mal alle Lichter einschalten. Das ist dann vielleicht sogar noch schöner. Dann, wenn man hier rüberkommt, dann soll hier eigentlich so das Büro dann letztendlich werden. Da klippt ein Baum rein. Ist mir egal. Aber, ja. Diese Wand habe ich ja weggemacht. Und dann habe ich da diesen Vorhang hingemacht zum Schlafbereich. Da habe ich auch noch ein paar Fotos von ihr aufgehangen. Mit ihren Freunden und mit ihrer Familie. Und, ja, dieses Bad ist, wie gesagt, leer. Also, ich habe das ja wieder gelöscht alles. Aber, ja, es ist jetzt nicht so viel hier drin. Aber es reicht auf jeden Fall aus, sage ich mal. Also, für den Moment. Und hier im Inventar beispielsweise hat sie halt auch einfach so ein paar Sachen, die sie schon gemacht hat. Die sie dann einfach auch da dann auf den Verkaufstisch ziehen kann. Und die sie dann verkaufen kann. Was sehr, sehr cool ist. Genau. Und damit beende ich dann jetzt sowieso auch das Video. Weil mehr habe ich dazu jetzt nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Es hat mir Spaß gemacht, das zu bauen. Es hat mir Spaß gemacht, später das Ganze hier zu sagen. Wir sind hier bei Neu Simoleons Barum gekommen. Läuft auf jeden Fall, Mirjamia. Wird spannend, dann mit diesem bisschen weiter zu spielen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020